hallo liebe youtube welt grüßt euch meine twitch freunde so patch 20.0 ist da seit zwei tagen und in drei tagen kommt das brachland addon insofern noch mal ein ganz guter punkt gerade auch weil im stream unfassbar viele fragen kamen was ich verstehen kann aber natürlich irgendwann auch immer die gleiche und gleich deswegen dachte ich mache ich gehe jetzt noch einmal rückblickend was ist denn jetzt passiert mit patch 20.0 und was passiert denn jetzt am dienstagabend wenn dann ist addon richtig erscheint wir machen das wir gehen das jetzt schritt für schritt hier alles durch also 20.0 ist da seit zwei tagen was ist denn im shop passiert im shop ist folgendes passiert die alten dinger die alten packs sind jetzt schon unter wild jadesraben zu finden also sie haben es jetzt schon so gemacht dass die packs die eigentlich noch im standard sind jetzt schon unter jadesraben zu finden sind und jetzt schon als wild deklariert werden ist natürlich ganz gut damit keiner sich mehr verkauft oder sich die falschen kauft also man kann jetzt schon sehr gut sehen das hier sind die packs die sich noch lohnt zu kaufen für standard und das hier sind die die jetzt in zwei drei tagen noch sind sie ja teil von standard also eigentlich ist es falsch aber in zwei drei tagen sind sie dann raus und deswegen sind sie jetzt schon unter wild zu finden hier sind dann die neuen packs es gibt zwei neue bundles die ich wie ihr selber seht noch nicht gekauft habe denn es lohnt sich nicht wirklich das sind classic packs und classic packs geben classic karten die ja wirklich nur noch für den classic modus oder wild interessant sind wenn ihr also wild spielt oder spielen wollt oder wenn ihr classic spielt oder spielen wollt euch da auch noch einige karten fehlen ihr vielleicht neu anfangt aber ihr wollt das unbedingt dann sind das durchaus gute packs für 15 euro 20 packs und zwei legendaries das ist ein sehr guter deal für 20 euro fünf goldene packs und ein goldenes legendary das muss man wissen das ist ein guter deal für goldene karten aber man muss halt also sind einem goldene karten in in irgendeiner art und weise interessant nur für den dust da kommt es halt darauf an also es kommt darauf an wenn du drei oder vier legendaries rausholst dann lohnt es sich für den dust aber wenn du das nicht machst dann lohnt sich nicht unbedingt also ja hier ist es die frage ist man goldener karten die papa oder nicht und hier das ist ein gutes angebot aber wenn ihr standard spielt oder ihr seid hauptsächlich standard spieler dann lohnt sich das einfach nicht wirklich insofern passt auf ob diese bundles wirklich benötigt und ob ihr das wirklich für sinnvoll haltet ja also alle alleine das was man an das bekommt ist für diese preise schon ganz okay am ende sollte man sich aber trotzdem lieber packs kaufen wo man wirklich karten raus bekommt die man auch wirklich spielen kann das ist immer noch das beste auch wenn das das verhältnis ganz gut ist insofern neue bundles aber eigentlich nur für wild bzw klassik spieler interessant standard spieler brauchen hier nicht zuschlagen so dann gehen wir weiter aufs tagebuch bei den quests hat sich nichts verändert es gibt weiterhin tägliche wöchentliche quest hier ändert sich grundsätzlich gar nichts soweit das einzige was sich jetzt glaube ich verändert hat oder was sich auf jeden fall jetzt bald verändert ist dass man die die siege quest also die gewinnt fünf spiele in standard die konnte man ja früher glaube ich nicht re rollen also ich meine die konnte man nicht re rollen sondern nur die anderen beiden hier also diese quest die 3000 erfahrungspunkte lebt diese fünf siege quest die kann man jetzt re rollen wenn man also gar keinen standard spielt und wenn man gar keine leider spielen möchte man spielt nur battlegrounds keine ahnung dann kann man die jetzt glaube ich auch regolen sonst hat sich nichts wirklich geändert der belohnungsweg da komme ich gleich zu hat sich auch noch nichts geändert die achievements die achievements wurden hübscher gemacht netter gemacht zum einen seht ihr jetzt hier so einen balken der euch also sagt ihr habt 82 prozent der fortschrittsachievements ihr habt 53 prozent der sammlungsachievements ihr habt 69 prozent der abenteuer achievements also das könnt ihr jetzt ganz nett sehen die neuen brachland achievements wurden eingeführt also ihr seht jetzt die brachland achievements geben jetzt erfahrungspunkte und die dunkelmond achievements geben keine mehr also ihr könnt die dunkelmond achievements weiterhin machen um erfahrungspunkte um achievement punkte zu bekommen aber sie geben keine erfahrungspunkte mehr sondern jetzt gehen die brachland achievements erfahrungspunkte die zum teil gemacht werden können zum teil nicht gemacht werden können ich zum beispiel habe hier schon eins geschafft vom krieger sorgt als krieger dafür dass zehn befreundete diener schaden erleiden das kann natürlich auch jetzt schon machen also einige davon kann man machen ich drücke aber noch nicht drauf weil ich stufe 350 bin und momentan mit den erfahrungspunkten nichts anfangen kann also ihr müsst euch überlegen wollte im moment jetzt erledigen oder nicht weil eventuell wollte die erfahrungspunkte erst mit dem neuen belohnungsweg bekommen und nicht jetzt schon für mich macht wirklich auch gar keinen sinn weil ich habe die erfahrungspunkte voll also ja brachland achievements sind da die erfahrungspunkte geben dunkle mond gibt keine mehr auch sonst gibt es jetzt neue sie haben einige neue achievements gemacht neue achievements eingefügt zum beispiel hier es gibt diese ganzen wirkt schatten zauber wirkt dämonische zauber also die spells haben jetzt ja klassen bekommen also frostbord ist frost feuerball ist feuer und so diese spellklassen sind ja gekommen und dafür gibt es jetzt zum beispiel achievements also wundert euch nicht wenn ihr neue achievements bekommt denn es sind einige neue dazugekommen wichtig ist noch eins was auch sich viele gefragt haben das hier ist ein achievement großartiger sieg dass sie alle irgendwie abgeschlossen haben werden es fängt glaube ich an mit 100 oder 10 50 100 200 500 1000 2000 und bis 5000 bekommt ihr karten ja bis 5000 bekommt ihr goldene karten und das sind die goldenen karten des kern sets ihr bekommt die goldenen neutralen karten des kern sets des und deswegen wundert euch nicht dass ihr die nicht seht das kern set und diese neuen karten die ihr hier bekommen habt die sind erst ab dem brachland spielbar oder erst ab dem brachland release benutzbar also ihr könnt also hier auf dieses fortschritts den gehen ihr könnt ihr auf großartiger sieg gehen ihr könnt euch eure karten abholen bis 5000 bekommt ihr karten danach kommt noch 10.000 danach kommt 20.000 das gibt dann nichts mehr außer achievement points da kriegt ihr eure goldenen karten aus dem kern set weil diese goldenen karten des kern sets ja die bekommt man ja durch erfolge das kern set bekommt man ja geschenkt beziehungsweise geliehen für ein jahr und das wäre ja quatsch ist diese karten also kraften zu müssen in golden deswegen bekommt ihr die goldenen karten auch über dieses erfolg system das hier waren aber nur die neutralen karten wie man die klassenkarten bekommt da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher eventuell durch die stufen wahrscheinlich mit den einzelnen klassen oder so aber ja wundert euch nicht ihr bekommt hier goldene karten die ihr erst benutzen könnt wenn brachland wirklich rauskommt am dienstag um wahrscheinlich 19 uhr ja das ist das profil eigentlich sollte sich beim profil auch was tun habe ich meine ich gelesen zu haben aber wirklich was passiert ist ja eigentlich nicht wüsste ich jedenfalls nicht was viele noch bemerkt haben dürften dass ihr plötzlich siege bekommen habt ihr habt plötzlich den 500 siege goldenen magier bekommen oder hat den 500 siege goldenen hex meistern bekommen oder ihr habt ein 1000 siege profil bild bekommen also bei 1000 siegen bekommen ja einen zweiten skin ich zum beispiel habe den 1000 siege hunter bekommen ich hatte hundertprozentig 910 920 hunter siege und plötzlich hatte ich 1000 beziehungsweise jetzt plötzlich 1042 sie haben irgendwas an den siegen herumgeschraubt also entweder haben sie jetzt arena von früher mit reingenommen sie haben du jetzt vielleicht reingenommen was sie vorher nicht gemacht haben ich weiß es nicht auf jeden fall sind bei wahrscheinlich fast jedem irgendwie diese siege nach oben gegangen weil sie neu gerechnet haben oder irgendwas neu reingezählt haben und deswegen haben einige von euch oder viele von euch wahrscheinlich irgendwie einen oder zwei goldene helden bekommen oder eventuell einen neuen skin für 1000 siege deswegen ist das der fall nicht dass ihr euch gewundert habt oder oder sonst was ne ja unter modi gibt es jetzt nicht viel neues was euch zeigen kann es gibt ganz viele duels updates also ich habe duels ewig nicht gespielt ich habe duels auch noch nicht gespielt aber duels hat einige updates bekommen einige neue kisten bekommen und in duels sind sogar glaube ich schon die brachland karten also wenn ihr mit brachland karten daddeln wollt eventuell könnt ihr jetzt wollt ihr jetzt mal duels testen also duels hat ein relativ großes update das wäre hier auf jeden fall zu erwähnen solo abenteuer ist nichts passiert ja spielen bei spielen kann man einiges sehen also zum einen hat sich hier oben was geändert der classic modus ist gekommen also der classic modus ist ja schon 100 prozent einsatzbereit und quasi ich glaube das einzige was fehlt ist die besten liste wo man die top 200 spieler sieht ansonsten ist der classic modus quasi ja ihr klickt hier oben drauf ihr klickt da auf classic um zu wechseln dann seht ihr das hier an diesen silbernen dingern und dann könnt ihr classic spielen ja und ungewertet ist jetzt ja auch ein eigener modus ungewertet alle karten sind verfügbar getretet ungewertet also ungewertet ist jetzt quasi mit allen karten anwengt könnt ihr auswählen so wie immer oder halt wild oder standard also das hat sich ein bisschen geändert und wie gesagt classic ist dazu gekommen hier könnt ihr eure kiste klicken das ist irgendwie gebackt glaube ich also ich bin ja auch legend hier seht ihr legend also ich müsste theoretisch diese kiste hier haben legende ich müsste das hier bekommen hier steht aber eure truhe ist das hier ich hoffe jetzt mal das ist nur ein anzeige fehler ich kann auch nichts dagegen machen das scheint im back zu sein ich hoffe mal dass die kiste am ende des monats die korrekte und die richtige ist ja das wäre was man sehen kann das deck bauen in classic da müsst ihr ein bisschen aufpassen damit also ihr müsst ihr auf neues deck klicken und dann hier oben am besten das ist der beste weg hier oben dann classic wählen also diesem fenster wird der classic jetzt habt ihr wieder die klassischen silber silbernen umrandungen wird jetzt irgendeine klasse aus jetzt seht ihr hinten dass es weiß das sieht auch gut aus weißes tutti und jetzt könnt ihr euer classic deck bauen ja und dann ist das auch kein problem und dann klappt das auch also neues deck und dann oben rechts da direkt classic auswählen und dann kriegt ihr das auch hin dass ihr euer classic deck hier zusammenstellen könnt interessant bei meiner sammlung ist vielleicht noch mal eben dass usera das für den vollen dust disenchanted werden kann ich habe das schon gemacht deswegen habe ich sie nicht mehr ich zeige sie euch noch mal eben hier diese usera könnt ihr für 1600 dass entschanden disenchanted beziehungsweise für 3200 wenn ihr sie in golden habt weil die usera durch die neue usera die jetzt kommt mit dem kern set ein bisschen genervt wurde es geht geht also wenn ihr die normale habt 1600 wenn ihr die golden habt 3200 macht das auf jeden fall im notfall baut ihr sie euch wieder aber im endeffekt ist es keine gute karte mehr im standard ist sie sowieso nicht spielbar also ihr könnt nichts falsch machen also usera ist die eine karte die ihr wirklich auf jeden fall das denn könnt und solltet und dann vielleicht noch eine sache ihr könnt das ganze wochenende jetzt schon packs aufmachen also wenn ihr eure packs aufmachen wollt hier eure vorbesteller packs ich habe bisher nur das große vorbestellt wenn ihr die ich schon aufmachen wollt wenn ihr das gerne schon tun wollt dann könnt ihr ein privates fireside gathering öffnen ich habe das selber noch nie gemacht aber das geht ihr müsst keine freunde dafür haben ihr müsst nichts dafür haben zu zeiten von corona ist das ist ja sowieso alles privat und für sich selber ich kann euch nur sagen es gibt da guckt auf youtube gibt auf youtube fireside gathering eröffnen guckt auf der offiziellen blizzard seite und hier könnt ihr auch also ihr klickt da unten auf eure freundesdings geht hier oben auf den pfeil und dann könnt ihr hier fireside gathering und wenn ihr jetzt auf mehr infos klickt dann kommt ihr auf eine seite wo alles steht oder wo ganz viel steht das ist nicht schwierig wenn ihr eure packs gerne jetzt schon aufmachen wollt okay ich hoffe ich habe nichts die nerfs natürlich also die stimmen wir haben doch noch ein paar sachen die nerfs sind natürlich aktiv also ich nehme mal kurz konjunkt was calling also es wurden es wurden 36 karten zurück genervt hier ruftes beschwörers hat ja zum beispiel vier mana gekostet kostet jetzt wer drei das ist aber für wild diese ganzen änderungen wurden für wild gemacht und wir in standard müssen jetzt fünf tage halt damit leben dass karten wie konjunktors calling der galakon schurke unleashed hounds was weiß ich also karten die eigentlich aus einem guten grund genervt wurden müssen wir jetzt fünf tage mit leben dann kommt ja das brachland dann kommt die rotation und dann sind die karten weg aber die nerfs sind da die es eigentlich für wild gedacht sind die end nerfs also die zurückgenommene nerfs sind keine nerfs sind quasi buffs die nerfs wurden zurückgenommen das ist auch schon da ist aber für wild und geht ab dienstag ist das dann wieder irrelevant weil dann sind die karten sowieso raus und eine sache die auch schon ist das kern set kommt zwar erst am dienstag aber die karten aus dem kern set die jetzt schon in standard spielbar sind die wurden schon gebufft das heißt ihr könnt jetzt schon den verbesserten irak zu spielen der nicht mehr auf der nicht mehr auf 15 leben geht sondern der der euch sogar um fünf heilt ja ihr könnt jetzt schon siphon soul spielen für fünf mana ich gehe mal eben zum schamanen ihr könnt jetzt schon gewittersturm spielen der immer drei macht also alle karten aus dem kern set die sowieso jetzt schon in standard sind die sind schon da wurden schon überarbeitet und gebufft und die könnt ihr auch schon benutzen das ist vielleicht auch ein sehr wichtiger hinweis so was passiert denn dann jetzt am dienstag noch am dienstag passiert quasi noch dass ja die große rotation die große rotation auf die bewahrt passiert das neue addon kommt raus drei rotieren raus das heißt also ab dienstag wenn dann das brachland kommt wahrscheinlich 19 uhr kein basis set mehr kein classic set mehr dafür gibt es das neue kern set also die beiden weg das neue kern set ist da natürlich in dem kern set sind natürlich basis und classic karten aber es heißt halt kern set und es sind wilde karten drin und es sind neue karten drin also basis und classic weg in wild dafür kommt das kern set und zu allen leute zum classic modus zum kern set wenn ihr irgendwas genauer wissen wollt alles wurde hier auf dem kanal in den letzten drei vier fünf sechs wochen erklärt einfach gucken ist recht leicht zu finden denke ich da kann ich jetzt natürlich noch mal genau darauf eingehen schatten rotiert raus uldum rotiert raus drachen rotiert raus galakons erwachen also alles unter galakons erwachen diese sechs buttons rotieren quasi raus das sind irgendwie über 800 karten die aus dem spiel aus standard verschwinden eine riesige menge wie sie noch nie gab und für diese sechs button kommt dann das kern set also das kern set ersetzt klasse classic und basis und für schatten uldum und drachen kommt halt brachland also ein drei erweitern ihn raus eine neue kommt rein wo wir alle schon volgen haben genau das ist das was am dienstag passiert also die große rotation neues addon 33 und hin raus eins kommt und kern set ersetzt basis und classic was auch noch natürlich super wichtig ist ist natürlich der neue belohnungs weg also sobald das addon rauskommt ist auch der belohnungs weg gesetzt ihr seht ich habe ihn abgeschlossen ich habe level 350 erreicht ich warte drauf dass es wieder los geht und sobald dann das addon da ist könnt ihr wieder von level 1 starten es geht wieder von vorne los es kommen neue belohnung neue helden skins neue neue packs ihr könnt einen neuen gasthaus pass kaufen also dieser gasthaus pass wird ersetzt durch einen neuen der da wieder gekauft werden kann für wahrscheinlich 20 euro mal schauen und der der weg wird gesetzt das ist auch also wichtig insofern das würde ich sagen dass die zweite große sache die passiert und natürlich kommen dann auch die diamant karten also es gibt es gibt zwei wunderschöne diamant karten erstmal nur die man sich dann erspielen kann die erste kriegt man wenn man den hier kauft dann den neuen und die zweite kriegt man alle legendaries hat also auch die diamant karten schaffen ist dann im spiel ja insofern addon kommt große rotation der belohnungs weg wird resettet am dienstag noch der neue ist dann da und ja die diamant karten sind natürlich dann auch im spiel das wäre das was noch am dienstag passiert insofern das wirklich wichtige für standard und darauf wo man wartet dass die sich die komplette meter verändert und natürlich dass man 135 neue karten spielen kann und dass man den neuen belohnungsweg austesten kann also die aller allerwichtigsten sachen die passieren dann noch am dienstagabend erst am 6 april kommt da noch ein neues solo abenteuer das buch der söldner das kommt dann eine woche später am 6 april das kann man vielleicht noch kurz erwähnen ja okay also ich hoffe ich habe noch vielleicht wieder eine eine andere frage geklärt die noch da war wenn nicht wenn ihr noch irgendwas fehlt dann frage schreibt fragt es in den kommentaren ich versuche es dann zu beantworten natürlich insofern freuen wir uns auf dienstag ich bin heiß bleib gesund und bis bald vielen dank dass das video bis zum ende angeguckt hast unglaublich ja ich würde mich freuen wenn wir uns wiedersehen also das übliche lasst auf jeden fall gerne kommentar da für verbesserungsvorschläge lob kritik wie auch immer ansonsten freue ich mich natürlich wenn es noch nicht passiert ist über ein abo sollte man hier irgendwo sehen können Kostet auch nichts außerdem bin ich auf twitter instagram zu finden alle links auch für meinen twitch kanal ist fast das wichtigste ne täglich fulltime auf twitch unterwegs alle links unten in der beschreibung des videos ja ich freue mich wenn wir uns wiedersehen macht's gut und bleibt gesund